Warum hatten die meisten Leute eigentlich Angst davor, Voldemorts Namen auszusprechen? Das und vieles mehr, jetzt in diesem Video. In diesem Video werden wir darüber sprechen, warum die Leute Voldemorts Namen nicht laut aussprachen. Was genau passierte, wenn man seinen Namen laut ausspricht? Fast von Anfang an wird darauf hingewiesen, dass es ein großer Fauxpas ist, Voldemorts Namen laut auszusprechen. Aber warum und was passiert, wird nie richtig erklärt. Ich meine, ich kann schon irgendwie verstehen, warum die Leute ihn nicht sagen oder hören wollen, wenn man bedenkt, dass er vielleicht der zerstörerischste dunkle Zauberer aller Zeiten ist und viele Leben ruiniert hat. Aber was genau passiert, wenn du den Namen aussprichst? Wir haben das zum ersten Mal ganz am Anfang in der Serie im Stein der Weisen bemerkt. Die Leute scheinen zu sagen, du weißt schon wer, statt Voldemort. Einige Leute haben die Theorie aufgestellt, dass in der Praxis zu sagen, du weißt schon wer, anstelle von Voldemort, während des ersten Zaubererkrieges begann. Ich persönlich glaube jedoch nicht, dass diese Theorie korrekt ist. Der Grund dafür ist, dass Dumbledore immer dafür war, Voldemorts Namen so frei auszusprechen wie möglich, dass den Leuten vor dem Namen selbst die Angst genommen wird. Ich glaube nicht, dass Dumbledore die Leute dazu ermutigt hätte, ihr Leben in Gefahr zu bringen, wenn er nicht das Gefühl gehabt hätte, dass es für sie sicher wäre, dies zu tun. Dies gilt jedoch nur für den ersten Zaubererkrieg. Die Antwort auf Voldemorts Namensphänomen ist das Ergebnis des Tabufluchs, eines Zaubers, der ein Wort als Schlüssel zur Offenlegung des Standortes des Sprechers bezeichnet. Es wird spekuliert, dass Voldemort den Tabufluch irgendwann im Jahr 1997 auf seinen Namen gelegt hat. Dies bedeutete, dass jedes Mal, wenn sein Name ausgesprochen wurde, Todesser auf den Aufenthaltsort des Sprechers aufmerksam wurden, da die einzigen Menschen, die es wagten, Voldemorts Namen auszusprechen, Mitglieder des Orden des Phönix waren. Ein gutes Beispiel für den Tabufluch in der Praxis ist das letzte Buch, als das Trio Harry, Ron und Hermine zeltet und Harry den Namen Voldemort laut ausspricht, was dazu führt, dass sie von den Todessern erwischt werden. Wenn Harry den Namen von Voldemort also nie ausgesprochen hätte, hätten sie vielleicht nie den letzten Horcrux gefunden und ich denke, sie wären noch eine ganze Weile herumgeirrt. Also hatte es auch etwas Gutes, dass Voldemort den Tabufluch auf seinen Namen gelegt hat. Hier noch ein paar andere bekannte Beispiele dafür, wie das Tabu ausgelöst wird. Hermine spricht Voldemorts Namen in der Tottenham Court Road aus und Kingsley spricht ihn ebenfalls aus, was dazu führt, dass der Orden des Phönix von der Existenz des Tabus erfuhr. Ob bestimmte Abwehrzauber gegen den Tabufluch wirken, ist nicht bekannt, obwohl es Spekulationen gibt, dass Abwehrzauber niedrigerer Stufe wie der Unsichtbarkeitszauber nicht wirken. Es wirken aber Abwehrzauber wie der Fideliuszauber. Allerdings ist zu bedenken, dass der Fideliuszauber besonders mächtig und schwer zu zaubern ist, so dass er der stärkste Schutz gegen den Tabufluch sein könnte. Und das war es auch wieder mit diesem Video. Was hältst du von dem Tabufluch? Denkst du es war eine kluge Entscheidung, dass Voldemort den Tabufluch auf seinen Namen gelegt hat? Ich hoffe, dir hat das Video bisher gefallen. Und wenn es das hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen. Wenn du Fragen oder Anmerkungen hast, schreib es mir doch gerne in die Kommentare. Bis dahin, bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.